Der Venture-Capital-Markt ist ja nun ein großer, wir schauen uns erstmal eine Zahl an, 10,9 Milliarden Euro Venture-Capital. Das ist die Zahl für Venture-Capital-Investitionen in Deutschland 2022. Das waren 0,3 Prozent des BIPs. Allerdings in UK und den USA ist es deutlich mehr. Wie schätzen Sie denn die Marktentwicklung going forward sozusagen ein? Ja, wenn wir auf die Zahl gucken, würde ich sagen, die kann man unterschiedlich bewerten. Einerseits kann man sagen, wow, ja, also es ist schon viel besser als früher und wir sind jetzt bei 0,3 Prozent des BIP. Das ist ein deutliches Wachstum. Sie haben das eben schon erwähnt, in den USA ist es ein höheres Multiple. Aber man kann es auch vergleichen mit dem Jahr 2021. Und da war das Investitionsvolumen im VC-Markt in Deutschland, im Venture-Capital-Markt, bei 20 Milliarden, also deutlich höher. Und wenn man das dann vergleicht, würde man sagen, wow, es ist ein Rückgang von 40 Prozent, vielleicht doch gar nicht so gut. Aber muss man auch in aller Fairness sagen, dass es eben durch die Zinswende bedingt, die hier zu Verunsicherungen geführt hat. Und wenn man sich den langfristigen Entwicklungspfad anguckt, dann hat uns das Jahr 2022 wieder auf den zurückgebracht. Ja, also ich bin da sehr optimistisch, denn wenn man so eine längere Perspektive nimmt, die 20 Milliarden, 10 Milliarden ist so viel mehr, als man sich das vor zehn Jahren nur hätte vorstellen können. Und im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sind wir da ungefähr alle gleich. Also in England ging es zurück, in Frankreich ging es zurück, in Amerika ging es zurück. Wie wichtig ist denn eigentlich der VC-Markt für die Gründungsaktivität in einem Land? Die große Gefahr ist immer, dass zu kurzfristig gedacht wird. Und es ist ganz sicher, dass, wenn es mehr WCs gibt, dass die jungen Unternehmer und die Leute, die sich da beschäftigen, ob sie jetzt Unternehmer werden wollen, das ist ein wichtiges Signal. Es geht auch so noch ein bisschen in die andere Richtung. Das heißt, wenn wir viele Unternehmer haben, die auch ein paar Erfolge haben und die dann WCs werden, die haben dann eine völlig andere Sichtweise. Und dann kommt so ein Zyklus auf, dass man, wenn man in der zweiten und in der dritten Generation ist, einfach die Qualität der Firmen viel besser ist, weil die Role Models einfach da sind. Man kann ja auch über eine stärkere öffentliche Kapitalbereitstellung sprechen. Allerdings ist das auch kontrovers diskutiert. Wie sehen Sie das denn? Ja, da habe ich eine ganz klare Meinung. Das kann man vielleicht von mir bei der KfW auch erwarten. Denn seit 2018 hat ja die KfW auch mit der KfW Capital eine Tochter, die genau zum Ziel hat, den VC-Markt in Deutschland durch die Investition in Fonds weiterzuentwickeln. Noch vor 10 oder 20 Jahren wurde immer von Amerika aus argumentiert, lass das mit den Regierungen, das ist alles privates Kapital. Es ist völlig klar, dass die europäische Venture Capital Industrie nur existiert, weil es eine öffentliche Hilfe gab. Und da ist KfW und viele Deutsche und dann auch die IAF ganz entscheidend gewesen. Das heißt, es geht meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr um Ideologie. Es ist völlig klar, dass der Staat da eine Rolle hat. Nur 7 Prozent der Partnerinnen bei VC-Fonds sind Frauen, 19 Prozent ist die Zahl bei den Gründerinnen. Warum ist das so wenig? Die Zahl, die gefallen ist, die zeigt natürlich auch, dass wir ein deutliches Gender-Funding-Gap im VC-Markt haben. Die Zahlen, die ich dabei schon beeindruckend finde, ist, dass für jeden Euro, der ausgegeben wird im VC-Markt in Deutschland, 91 Cent auf Männer-geführte Startups entfallen, 7 Cent auf gemischte Teams und genau 2 Cent auf Frauen-geführte Startups. Also was sich da zeigt, ist eben, dass Frauen seltener VC-Finanzierung für ein Startup bekommen und wenn sie es bekommen, kleinere Volumina. Was in verschiedenen akademischen Studien immer wieder rauskommt, ist einfach, dass eine Frau als Investor, eine Frau als Unternehmer eine größere Chance hat, ihr Geld zu bekommen, wenn auf der Investorenseite auch eine Frau ist. Und das mag alle möglichen Gründe haben, aber das ist einfach in den Daten ganz, ganz klar. Andere Studien zeigen, dass Frauen oft weniger Geld verlangen. Das heißt, sie sind erstmal, sie sind Ehrliche, sie geben nicht so viel an. Und damit in einer Industrie, in der man gewöhnt ist, dass alle Leute zu viel Geld fragen und immer nur angeben, haben sie da eben gewisse Schwierigkeiten. Und ich glaube, das muss man eben auf der Investorenseite anerkennen und auf der Frauenseite brauchen auch ein bisschen Coaching. Da gibt es ja auch Programme tatsächlich. Ich glaube, in den UK gibt es ja auch ein Programm. Ich glaube, das heißt Newton. Ja, das Newton-Programm. In dem Newton-Programm geht es direkt darum, um die nächste Generation von Venture Capitalists auszubilden. Und da haben wir 50, 50 Prozent, ist überhaupt keine Frage. Und das funktioniert sehr gut. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Allerdings geht es nicht um VC-Investorinnen, sondern um das Thema Climate-Tech-Finanzierung in Deutschland. Wie die sich entwickelt haben, Fritzi, vielleicht? Das ist eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung, weil Climate-Tech in Deutschland deutlich stärker gewachsen ist als der Venture-Capital-Markt insgesamt. Also das ist schon wirklich ein wichtiges Thema und auch eins, das an Bedeutung gewinnt. Ja, ich bin sogar in der Meinung, dass wir in Climate-Tech in Europa, in Deutschland, in Europa eine Riesenchance haben. Und zum ersten Mal gab es auch deutliche Zeichen, dass wir in Amerikanern voraus sind. Und einer der Gründe ist, und das ist die wirkliche Chance in Deutschland, meiner Meinung nach, dass in Climate-Tech die Kooperation zwischen Start-ups und der Industrie viel entscheidender ist. Noch viel entscheidender als in anderen. 90 Prozent der Scale-Up-Deals sind mit ausländischen Investoren. Das heißt, am Anfang sind deutsche Investoren bei Venture Capital in der Gründungsphase dabei. Aber wenn die Unternehmen wachsen, kommen dann doch die ausländischen Investoren, um quasi in der Wachstumsphase einzuspringen. Warum ist das denn so? Ja, teilweise fehlen in Deutschland einfach die Fonds, die groß genug sind. Hier müsste man dringend daran arbeiten, dass wir in Deutschland, in Europa mehr größere Fonds bekommen. Das Entscheidende ist nicht, wie groß diese Zahl ist, sondern wie das Verhältnis zwischen den deutschen und den ausländischen Investoren ist und wie sehr man die ausländischen Investoren dazu helfen können, dass der deutsche Kamentalmarkt besser und besser wird. Die Herausforderung damit, der man irgendwie begegnen muss, ist eben schon, dass wir in unseren Befragungen sehen, dass der häufigste Grund, warum Start-ups ins Ausland gehen, ist, dass sie ihren ausländischen Financiers folgen. Meiner Meinung nach ist es eben deswegen so wichtig, dass der Standort Deutschland so stark ist, dass diese Tendenz, nach Amerika oder anderswo zu gehen, einfach nicht mehr so stark ist. Ich denke, ein anderer Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, den ich aber für sehr wichtig halte, ist, dass wir eigentlich eben ja doch einen sehr fragmentierten Kapitalmarkt in Europa haben. Und das ist relativ zu den USA schon ein Hemmschuh. Also wenn ich jetzt eine Traumvorstellung oder ein Zielbild äußern dürfte, dann wäre das, was ich mir wünschte. Wir hätten sowas wie einen europäischen Nasdaq mit dem Ökosystem von Analysten und Analystinnen. Aber wenn wir nicht gleich dahin kommen können, vielleicht können wir dann die Kapitalmarktunion wenigstens fertig machen. Vielleicht noch kurz ein Wort zum Abschluss und vielleicht ein Ausblick, wie es werden könnte. Ladies first. Ja, ich habe den Eindruck, dass wir gerade mit Blick auf die Mobilisierung von privatem Kapital wirklich schon viel erreicht haben in den letzten Jahren. Wir haben jetzt auch einige Maßnahmen, die ja gerade anfangen, wirklich wirksam zu werden. Bis zum Ende des Jahres werden alle Elemente des Zukunftsfonds dann am Markt aktiv sein. Das heißt, die müssen dann auch die Chance haben zu wirken. Und insofern schließe ich mich dem Optimismus von vorhin an, dass diese gute Entwicklung auch weitergehen wird. Also ich bin da auch ganz optimistisch. Vor 20 Jahren haben wir gesagt, Deutschland kann überhaupt keinen Venture Capital Market haben. Heute haben wir einen fantastischen, in 20 Jahren wird er noch viel, viel besser sein. Das Wichtigste für mich ist, sich nicht isolieren, sondern international bleiben, international best practices und verknüpft bleiben. Und ich sehe da eine sehr gute Zukunft. Und ich sehe da eine sehr gute Zukunft. Und ich sehe da eine sehr gute Zukunft.